Moin Leute, herzlich willkommen auf meinem neuen Kanal hier. Mein Name ist Philipp und willkommen zu meinem neuen Podcast How to get good at stuff. So, wozu das Ganze? Wofür machen wir den ganzen Spaß hier? Ich denke, jeder von euch ist mehr oder weniger auf Social Media unterwegs und wir alle verfolgen Leute, von denen wir was lernen möchten, die wir auf irgendeine Weise vielleicht bewundern oder die uns inspirieren. Und ich habe mir gedacht, man sieht auf diesen ganzen Social Media Kanälen eben immer nur so das Best of, so die Szenen, wenn es wirklich läuft und die Erfolge. Was aber hinter den Erfolgen für einen Prozess und was da für eine Arbeit dahinter ist, vergisst man halt leider Gottes oftmals bei der Sache. Wir werden dann oftmals auf das reduziert, was wir da liefern. Aber so die Background-Stories von dem, was man durchlaufen hat, um das wirklich abliefern zu können, bleibt da oftmals so ein bisschen auf der Strecke. Das heißt, völlig egal, ob wir uns für Schauspielerei, für Sportler, selbst für andere YouTuber oder für Anwälte interessieren, ja, es wird für jeden was dabei sein. Ich werde mal aus jedem Segment da ein paar Leute rauspicken, die in dem, was sie machen, wirklich, wirklich zu dem Besten gehören. Und dann werden wir einfach mal schauen, was die so zu erzählen haben, was da für Storys dabei sind, wie sie dort hingekommen sind. Und da warten einige spannende Gäste auf euch mit wirklich, wirklich krassen, erzählenswerten Storys, ja. Also, ich möchte euch nicht zu viel versprechen, aber ich hoffe, wir sehen uns bald hier auf dem Kanal. Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald! Vielen Dank.